Musik 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 So Acht mich keine Klippauts So Irgendwie Musik Ah, da drüben ist Bobs Café Musik Musik Ich kümmere mich mal um den Hof hinten bei dem Autohaus Musik Da steht eine Mission-Schiene Ja, cool Ja Sehr schön Und Destroyer da funktioniert es? Ich bin noch nicht drinnen Irgendwo knistert es an meinem Ohr So So Wird man da noch einige Schmerzmittel mitnehmen Mal sehen Ah Die ist leider Destroyed Aber 121 Rocks glaube ich Ich säubere mal den Hof Jawohl Da ist alles voll Wenn du die Mischmaschine zerlegst Vielleicht kriegst du auch noch was raus Misch Sehr schön Oh shit ich bin voll Ich bin total voll Nektar schon ein bisschen raus Ah Shit Shit Ah Was ist? Zombie? Yes Ok komm Wo bist? Hinten im Hof Jetzt bin ich auf der Straße vorn Ich hab den total übersehen So Ich seh dich Ich hole ihn mir wieder Ich bin schon da Ah 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 Du Trotter Bist du wohnen? Er winkt durch die Tür Er sieht nicht Ah Er will mich Na gut Ich bin wie gesagt komplett voll Ich habe gerade ausgeräumt Jungs Ich muss schauen was ich scrapen kann Bitte kurz auf mich acht geben Ich schau mal was da rauskommt Oh Voritssteller Sehr gut Das haben wir mitgesagt Das scrappen wir, das scrappen wir, im Knistert es ganz heftig, ich habe eine Metalldürr gefunden. Ich gehe nur schnell zwei Samen weg anpflanzen. Jetzt ist die Orange im Eimer zerlegen. Gut, und weiter geht's. Da kommen wir aber noch einmal retour. Da würde wieder so ein Eisen herumliegen. Ja, ich habe nichts mehr. Du hast keine Eisenpick-Ecks mehr? Nein. Okay, du bist auch schon in Eimer. So, ich bau mich da noch aufs Dach raus. Ich bin wieder retour im Hof. Ah ja. Wo? Wie? Wo? Bei dir? Na. Oder? Vielleicht im Gebäude drin? Kann sein. Okay, na. Äh. Bei dir oben was? Na. Okay. So. Ah ja. Cool, dass du das mit dir kommst. Ja. Ich mache meinen Weg nach unten. Mhm. Ich werde aber wieder da irgendwo seitlich bei den Fenstern. Kommt raus nach unten, ne? Mhm. Okay. Okay, du hast die andere Seite gewöhnt. Ich mache einfach nur auf, dass man da durchlaufen kann. Das ist mir egal. Oh, da. Da ist es. Ja. Da ist es. Ja. Schauen wir sie doch mal. Mhm. Mhm. Ich habe noch mal. Ja. Ja. Da wütte doch. Einer. Gute Idee. Ich werde mir auch was rauslegen. Da ist er schon wieder. Ja. Erledigt. ganz viel gemacht. So. So. Ich schaue mal vorsichtig, ob wir alleine sind. Da ist es einmal ruhig. Ich höre zwar was. Ich stelle ein Woodframe rein. Okay. Ja. Ah, da sitzt da noch einer. Erledigt. Okay. Okay. Aber ich glaube, das war's. Die Schafe brauche ich auch nicht. Ja. Das brauche ich auch nicht. Grün. Grün ist schon ganz gut. Mhm. Da ist ein kleiner Seed. Ja. Die stehen überall herum. Cool. Was bietet das Bücherregal? Papier. Okay. Okay. Nehmen wir. Den Kühlschrank. Dieser. Papier und Tokens. Ah, Waffen sind. Ach, sehr gut. Oh, ich hab Hunger. Und ich hab nichts. Okay. Warte mal. Ich schau einmal kurz bei mir. Mh, nein. Schaut schlecht aus. Mh, fuck. Ich hab ein rohes Ei, aber das ist... Ne. Okay. Und ich sollte dann schon langsam Wasser zu mir nehmen. Mhm. Oh, da kommt einer. Okay. Das sieht uns aber nicht. Ich setz das wieder rein da. Ich komm schon. Ach so. So, ich lauf einmal retour, weil ich brauche Wasser. Okay. Ich folge dir. Ich brauch was zu essen. Mhm. Und ausräumen. Und dann haben wir noch die Tonne, äh, den Container hinterm... Hinter dem Haus. Hinter dem Nachbarhaus. Da ist sicher auch noch einiges drin, oder? Mhm. So. Hast du jetzt nichts mitgenommen? Oder warst du voll? Ich bin voll. Ich bin voll. Ah, okay. Ja dann. Ich bin komplett voll. Ah, da hast du wieder... So. So. Ja, ist ja egal, was ich mitnehmen, oder? Ach. So. So. Wo sind sie? Wo sind sie? Da sind sie. Ja. Mhm. X. X. Sehr schön. Du bist in der Linken? Ja. Kannst schon rein. Kannst schon rein. Äh. Die leeren Gläser. Ja, die nehmen wir mal gleich. Schmerzmittel tun wir da dazu. Hm. Ach so kann ich in das Link. Elektrical. Mechanical. Wow. Wir haben 33 Mechanical Parts. Super. Die Dosen können wir, glaube ich, alle skratten, oder? Ja, skratten. Ich habe zwei Metalltüren. Ja, cool. Mhm. Die hin mir gleich auf. Ja. Die lege ich rechts rein. Mhm. Die Federn. Ich habe schon wieder 250 Federn. Brav, brav. Ich habe gleich einige verarbeitet. Ja, das sollte er jetzt wieder mal. Mhm. Kochtopf. Stoffwitzen können drüben. Plastik können dorthin. Oh, das muss ich alles machen. Aloe Vera Samen. Ja, cool. Den kann ich gleich anbringen. Cola. Ja. Das Reparatur-Kitchen ist ja auch immer da drin. So. Elektronik-Barts. Kommen da rein. Alter. Wir sind voll. Ja. Du könntest dann schon mal eine Kiste machen. Kommen. So. Ah ja, und die 15 ebenen Boden, die schmeiße ich da in der anderen Kiste oben da, wo die Jacke ist. Ja. Bitte. Ach ja, ich muss was essen. Ah na, da gibt es ja schon ebenen Boden, dann lege ich die gleich zusammen. Das kommt da rein. Ah ja, Blödsinn. Ich brauche was zum Trinken. Okay, bin schon raus. So. Ich laufe einmal und fülle die Gläser nach. Ja, bitte. Ich werde mich da mal wieder abblitzen. Meine täglichen Drogen, die Snowberries. Hm. Nägel. Sehr schön. Bin am Weg. Ja, ja. Ah, forged. Yes. Mhm. Mhm. Okay. Das geht da dazu. Und das ist auch ein Material. Klasse, das werde ich gleich anbauen quasi. Eine Gabel noch. Zehn. Irgendwo habe ich noch... Achso, ich habe es noch nicht gemacht. So, die erste Steinaxt. Die Hunde da ist. Im A. Im A, genau. So. Na bitte. Das wird ja schon ein schönes Flecker. Bitte 50 Wasserflaschen. Mhm. Was soll ich als erstes anbauen? Kartoffeln, ne? Kartoffeln, ja, stimmt. 4, 1, okay. Ist interessant. So, ich komme wieder retour. Was? Ist das bei dir oder bei mir? Was? Irgendwas wird gerade zertrümmert. Das bin ich. Achso, okay. Ich tu die... diese kaputten kleinen Bäume. Die braucht 2,5 Minuten. Das Gardenhoe. Ja. Ist ja was sehr hochwertiges. Mhm. Naja. Gut, das fortscht Iron. Da brauchen wir in echtem Leben eine. Mhm. Das dauert länger als 2,5 Minuten. Ja, klar. So, orange ist das niedrigere. Gelb ist höher, ja. Die orangen Reifen werde ich zerlegen. Mhm. Weil wir haben blau, gelb und grün. Ja, ja. Wir werden noch einige... Ja. Da findet man sicher noch Violette, aber die kriegst relativ schnell. Mhm. Die Reifen. So, ich werde aber gleich von der Tonne auch was holen. Mhm. Schauen wir mal. Wie weit ist sie? Okay. Alles mit? Oh nein, der Kleber nicht. Oh. Ja, der ist nicht so wichtig. Nein, ich nehme noch alles mit. Ja. Die Snowpierre ist, die können wir essen, oder? Einmal. Ah ja, ich bin ja noch voll. Und zweimal. Ähm, ich glaube ich mache noch Baking and Eggs. Dreimal. So. Jetzt tun wir alles mit. Dann leg's ab. Ja, solange Fleisch und Eier da sind, ich gleich immer verarbeiten. Juckafruzern ausreichend drin zu messen. Ja, ja. Ich glaube wir haben's schon geschafft. Ja, momentan wächst halt wenig nach automatisch. Wir müssen schon immer farmen. Mhm. Bacon und Eggs. Also. Die Tür. Schießpulver. Sandwich. Rotten Fleisch. Der Kleber. Die Eier. Mega Crush, dass es gehört ist. Energy Drink. Fett. So. Was ist mit der Gardenhoe? Hallo. Der Radreifen. Oh, da ist ich gar nicht. Drahtpulver. Vitamine. Die können da rüber. So. Ha, ha, ha. Dann haben wir noch das Klebeband. Ich weiß nicht, wie wir wollen, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Okay, dann da mal zwei Erdapfer pflanzen. So, okay, das müsste schon fertig sein, das müsste auch fertig sein, die Eier-Retour. So, was brauche ich? Ich brauche einmal die Pantage, die kann man eigentlich da bauen, mit Stoff. Machen wir sie einmal bei Pantagen, dann brauche ich die regelmäßig. Und zwar bauen wir sie einmal fünf Stück, dann haben wir... Das flüssige Zeug kommt jetzt alles in die rechte Kiste, die linke ist... Ja, ich weiß, das ist ziemlich voll schon. Zum Persten voll. Das flüssige Zeug. Aber jetzt geht sie nicht mehr raus. Wir könnten dann eigentlich auch mal eine Kiste machen. Ich habe nur 100 Holz. Holz habe ich jetzt nicht mehr so viel gefahren. Ich auch nicht. Das ist... schlecht. Ja, noch einmal Platz in der zweiten. Ja, wir brauchen für die Specs. Das ist einmal wichtiger, ich kriege da meinen Kletterschutz fertig. Ja, wir sollen das dann machen, da rüber zu den... Hm? Soll ich da irgendwie was freilassen, oder? Da rüber zu was? Warte, komm gleich. Na, da zu dem... zu dem Carboard. Ah, ja, lass was frei, da können sie eh nicht drauf, oder? Na, das sollte man es nicht. So, eigentlich brauche ich da einen Kletterschutz ja gar nicht. So. Und so mal den da überhaupt herbraten. Aha. Schauen wir mal, was pflanze ich denn alles an? Ich habe Aloe Seed. Da nehmen wir mal es weg. Ah. Was macht Sinn? Gute Frage, gute Frage. Was macht Sinn? Eigentlich eh nur der Golden Rot, die Erdabfall und der Mais. Na? Ja. Ja. Ja, volle, viele Kartoffeln. Ja. Dass man da... Dann haben wir so Grundnahrungsmittel, die man noch verwenden kann. Aha. Naja, Holzhaus, ne? Naja. So, was können wir da, wenn wir umgehen? Ah. Ich brauche noch mal die Garden Hall. Ich schau mal da aus. Das läuft. Wir können den Golden Rot schon verarbeiten. Also... Der, was jetzt drinnen ist, oder? Mhm. Okay. Wie viel... Wir haben zwei Kartoffelsamen. Ich habe zwei angepflanzt. Das muss einmal multipliziert werden. Zwei habe ich davon... Wir hatten vier. Ich habe zwei angepflanzt. Ich hoffe, es funktioniert ohne Dünger. Ich weiß halt, wie das gerade ist. Ach so. Ja, aber Dünger hast du drinnen. Okay. Ja, den muss ich aber erst verarbeiten. Ah ja, den muss ich aber auch verarbeiten. Was brauchst du? Ein Traut, ne? Ein Traut, ne? Ein Traut, ne? Das hätten wir. Ja, ich brauche eine Mischmaschine, oder... Ein Chemikal. Eine, genau. Okay. Für das braucht man die Werkbank, ne? Mhm. Wobei ich mal nachsehen könnte, was ich für die Werkbank brauche. Oh Gott, ich habe es wieder nur in Englisch. Und ich habe keine Ahnung, wo die drin ist. Die Werkbench. Werkbench. Da habe ich sie. Ich brauche 20 Mechanic Blast, 25 Forged Iron, eine Range, Claw Hammer und Holz. Ach du Scheiße. Hm? Die Range hätte man aufheben sollen. Ja, das ist mir auch gerade gekommen. Die Branch. So, ja, nachdem ich etwa noch mal essen... Ja. Jetzt werden wir, glaube ich, beenden, oder? Ja. Und starten dann am nächsten Morgen. So ist es. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mhm. Bis dahin, Happy Gaming und ciao, ciao. 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 Hall right ahead, well. Whichever time sorry,nine I could wish you the one. � lives before you are in the Fall. Bye tomar невville solution��. You want the power to be.